wenn wir damit denn im kampf ja ja was straß straß struktur struktur eigentlich nur versuchen ich habe es gefunden wir sind versteckt hier ist hier bei mir hier an der seite und dann bin ich hier runter bevor sich ich muss ich nicht ganz runterfallen jedenfalls ist hier so eine herausforderung richtig herausforderung ist auch eingezeichnet auf der map eigentlich muss man es nur abklappern wir zeigen hier das sind die dinger wenn man ihren einsammelt gibt es dafür unter anderem gerade gab es zehn iridium für eine klub geschichte jetzt kriegen wir geheimdipos geheimdepot da ist es ich war ein weg von hier eigentlich level 14 sehr gut da wenn man jetzt ein auto hätten dann wenn man schnell am geheimdepot zwar bisher da ist ja wahrscheinlich ist am einfachsten ich habe zwar hier eine station aber ja wir können das muss auf fuß passieren ich fahre mir hinten durch Wenn die sich selber fressen, dann kriegen die ihr Leben wieder, ne? Die Viecher, also wenn andere ihrer Art kauen die auf. Was macht der denn da draussen, da läuft der hin und her? Guck mal, was ihr da verblieben gelassen habt, was ihr übersehen habt. Passiert euch schon nicht? Naja, doch manchmal schon, aber eher selten. Noch einen höheren. Da oben waren wir doch auch schon mal, oder? Hier ist ein Loch hier. Kommen wir da oben rein? Also oben, wir haben oben schon mal gestanden, wir sind doch runtergekommen. Irgendwie sind wir von unten hochgekommen? Ne, ist doch was anderes. Ja? Naja, ist nicht dasselbe. Jetzt nochmal den Fahrstuhl bedient, jetzt nur wieder runter, ne? Ja. Wollt ihr euch mal auf den Fahrstuhl draufstellen? Genau, das habe ich gerade vorgehabt. Guck mal. Oder stirbt man da direkt? Nö, nö, da stirbst du nicht. Ne, ne, aber ich bin so nett, ich warte auf euch, bis ich die Karriere öffne. Das Schlimme ist nur, es werden nicht alle hochkommen. So ist es. Doch, klar. Fahrstuhl runterschicken. Am besten, ohne dass einer drin ist. Naja. Und dann, äh, von hier, äh, dann oben hochholen und rausspringen. Boah, Matsch. Also, ähm. Hochfahren? Kannst du runter schicken? Das ist ja die Frage. Äh, drauf drücken und rauslaufen, schaffst du das? Ah ja. Ne. Das ist ja mies. Kann man drauf schießen auf den Knopf vielleicht? Man kann außen rumlaufen vielleicht, weil das geht. Lalalala. Was ist denn da noch? Ja, ich meine. Ne? Falsch. Ich glaub, äh, wenn du außen, ich weiß nicht, ob du jetzt zurückkommst, aber wenn du, oh jetzt... Geht da was? Dann ist er nach unten gefahren. Boah, jetzt spring ich auf, oder was? Ja, wenn du hochholst, dann springst du drauf. Da oben drücken. Jetzt muss er drauf springen. Muss ja auch alleine irgendwie gehen, ne? Ja, ja, deswegen ja. Ich komm! Ich bin so gut! Ohe! Oh! Oh! Grün! Oh! Oh! Oh... Oh, mein Inventar ist auch voll! Oh! Rühn! Oh! Oh! Oh, mein Inventar ist auch voll! schützengewehr 36 haben legere scharf schützengewehr doch gar nicht gesehen war so schnell wie aber ja auch mal schnell gedrückt oder war hier drin das war da drin ja immer verprügeln ich schmeiße jetzt in wer zuerst nimmt der glück ab ich drücke jetzt die taste als man imital ist ja voll brauche ich das überhaupt ich brauche es nicht und ich schaffe es noch mal hier so gut wie nicht habe ich denn hier wieder alles für den dreck dabei du haben alles mit jetzt und jetzt bin die auch voll ja jetzt kann ich wieder verkaufen gehen wir warten jetzt zurück nach sanctuary naja ja schon großzügig ja ich alles nehmen ja ihr seid voll ja wahrscheinlich einmal weniger verkauft natürlich auch ultra kack hier rumliegen ich sag mir ja jeden dreck an die jungen fliegt ich auch macht's gut aber wenn ihr soweit seid sagt bescheid dann reisen wir nach sanctuary was würde ich hier schon noch ja ihr müsst bescheid sagen ich stehe schon davor wenn ja da komme ich jetzt nicht mehr wo ist ja aus ich weiß nicht ein granat mod würde ich vielleicht noch irgendwie mit paketen wäre das ziemlich viel wert ich bin jetzt los noch um sekunden du hast den schrott ich den weg zum nächsten zielen ganz am einfachen auch so eine kiste vorgestanden haben weißt du noch eine aufgabe ja muss auch so eine dafür gewesen sein sollte wahrscheinlich jetzt nicht mal aufgehen ja geht hier oben bei den skatepunkten eigentlich mal A-slot ausrüsten, B-slot ausrüsten, aus Slot 1, Slot 2 ne du hast doch diese extra dinger die an den seiten sind die kann man ja als zusätzliches dazu ausrüsten, deswegen wahrscheinlich hab ich auch noch nicht ganz rausgefunden bei mir sind dinger freigeschaltet wenn ich diese fünf punkte da frei habe und nächste runde erreicht habe kann ich halt einen extra Slot dazu packen aber ich kann bei euch jetzt nicht reingucken wie es aussieht aber ich kann bei euch jetzt nicht reingucken wie es aussieht ok naja mal austesten so also von mir aus können wir oh gut dann bring ich euch mal back to sanctuary alles klar home sweet home auf ja box stürzen wenn du bereit bist killer uuuuuhh ja wieso was scharfschutz sind die wir für den floki da noch hm 81 ich glaube jetzt habe ich erstmal einen legendären sonst was ich mir erstmal angucken müsste und jetzt geht eine feinde um mich 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 es ist doch alles so scheiße ich muss das überhaupt schon nehmen deadeye monocle bin ich mal gespannt weil der schaden an sich nicht so geil ist das stimmt wohl Aber irgendwas wird es schon können. Da sind viele Raketenwerfer hier, aber ich glaube die... Können sie behalten? Ja, ich habe jetzt meinen Ausprobiert. So überzeugt war ich jetzt nicht davon. Jetzt fühle ich mich auch nicht besser. Außer vom Aussehen haben sie die Waschenschuhe ganz cool gemacht, ne? Auf jeden Fall. Verändert hat sich schon ein bisschen was verändert. Hier das eine Scharfschützengewehr. Trick Muckamuck? Von Jacobs? Sieht schon cool aus. Ach, ist da die Scharfflinte. Ich glaube ich verscheppelt, weiß nicht mehr was. Ich bin das zu ziehen ohne Ende. Granate bräuchte. Warum haben sie mich nicht gewählt? So, den Müllpointer, den müssen wir noch mal behalten. Das teste ich mal aus. Ist irgendwer auf Pistole? Ich habe eine dabei im Notfall, aber jetzt rät hier auf Pistole bin ich nicht. Ja. Weil ich hier eine 46er Schaden mag nur mal. Explosionsschaden wie es aussieht, die nicht so verkehrt aussieht erstmal. Boah. Das dritte kostet mal eben schon 9.000, ne? Ui. Das ist ja übel. Das ist echt übel, ey. Ach, da muss ich auch gleich nochmal vorbei. Feuer, ey. Ist schon kräftig. Ja, 100. Ist schon mal ganz schön zusammen stolpern. Na ja. Na ja erstmal drei Plätze mehr. Ich habe ja noch einen Skillpunkt zu vergeben. Es braucht Pistole. Wenn du dir die Taschen füllst, werden sie aber nicht kugelsichern. 1 Waffenstärke beim Mod. So genau, das ist eine Fähigkeit. Okay, das behalte ich mal. Das auch. Ich hasse das. Ähm, alle starren mich an. Ich habe mal diese Nockgranate aufgelegt. Schaden ist zwar nicht so geil, aber hat auch irgendeine spezielle Fähigkeit, glaube ich. Ich habe diese Scheiße so satt. Den kann ich auch noch verschärbeln, so. Aber die Verkaufsrunden sind jetzt hier. So. So, wer nimmt mich jetzt eine Hand und bringt mich zu Marcus? Wir sind aber Marcus. Ich meine, hier zu dir. Ach hier, ja stimmt, wir sind hier bei Marcus. Ich bin total verwirrt. Wo ist denn hier der? Gib mir mal hier. 2, 3 Rucksack-Erweiterung. Wieder höre ich nichts von euch? Doch, ich traue mich sogar. So viel Geld kannst du gar nicht haben. 4,88 kostet jetzt nur eine Drehung hier. Ich schaue mich an. Wenn du in deinem Bank tragen kannst. Talon, eine Beute ist die. Was soll das überhaupt preisen? Aber das ist dein... Nee. Bank ist ja wohl dein persönlicher Tresor, oder was? Das Tresor, ja, aber das ist mein verlorener Beute, was auch noch nicht so ganz. Ich auch nicht. Ist die EU freigeschaltet, die 0 von 8? Wenn dann auch noch deine Munition alle erhöhen willst, ey, dann. Diesen Glückwunsch. Ja. Das wird ein bisschen dauern. Ich gehe erstmal nur auf rote. Und Assault Rifles. Ich kann euch berichten, der nächste Rucksack kostet dann 27. Also immer dreifacher, ja? Mhm. Schön. Damit bin ich fertig. Na gut, den kaufe ich mir auch noch. Was, 27? Ja. Brauche ich nicht. So viel hast du gar nicht. Ich habe nicht. schon mit Beschwerde gerechnet, wo ich mir den Zweiten gekauft habe. Bzw. Kann ja sein, dann hast du jetzt auch nichts mehr. Nee. Oh, ne. Epische Waffe. Raketenwerfer leider nur, aber... Was? Jackpot gerissen, oder was? Ja, die sind dreimalig, siebenmalig hier wohl. Schon was Höheres, ja. Oh. Oh, kommst hier rein, kriegst du erstmal eine Granate von Latz, ey. Das hast du davon, das hast du davon. 488. Jo, Vorsicht. Du ziehst ja auch ein Skin nach meiner, das sind Dinge, ja? Oh, das ist alle nicht für mich, weil du auch ein bisschen koppeligst. Oh, ich bin tot. Was macht er mal ein Ton? Oh, ne. Nö, sag ich mal nix. Was ist mal alle verrecken hier? Ja, ne, da ist doch noch einer. Ein bisschen, ja. Ich war... Hör nie auf, so schief. Niemals. So gut wie noch. Das war eng. Irgendwie. Alle vernichtet beim Zocken. Oh, 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 oh. Ja. Ich lasse dich gleich ab, wenn du nicht was sagst. Das kann doch nicht wahr sein. Hab ich nicht gesagt, wo du da reicht das nicht? Oh, jetzt bin ich das in Tausend. Muss ich aufhören. Oh, jetzt habe ich zwei... Ja, es gibt es doch gar nicht. Weil wir welche Motten haben, welche Stirn-Hänse. Und ich habe das mal Glück an dem Automaten, ja. Kannst du Waffen ein bisschen was? Geld, Iridium. Naja. Ich war ein... Iridium-Automat gefällt mir nicht. So, wir wollen mal mit Lillis spielen. Äh, spielen. Okay, tu mal mit Lillis spielen. Mal jetzt, aber besser muss ich zum Markt jetzt. Warte mal. Wie viel Geld habe ich denn hier? Jetzt reicht es aber. Socke ich aber nicht mehr hier. Nee, ich verkaufe die jetzt auch noch. So. Hier haben wir ja schon ein bisschen, ne? Ja, 150 knapp, ne? Habe ich jetzt. Ich habe ja schon ein bisschen was ausgegeben beim Zocken gerade. So, was habe ich denn gekriegt? Ein Schild? Ein Nova-Schild, ne? Oh. Und das ist gar nicht schlecht. Besser als das, was ich hier anhabe. Ich bin sicher, wir treffen uns schon bei... ...die auch Zucker-Automaten irgendwie unterscheiden. Wollen wir mal mit... ...Lillis sprechen? Hm, oder? Ich schweb mir ein Service-Bot mit dem Besen in der Hand lang. Vernünftig, und dann muss er sauber machen. Jo. So, und dann lass mal mit Lilith sprechen. Es ist noch nicht vorbei. Was? Und wie ist Prometheer so? Tolles Nachtleben, viele Krater. Aber Atlas bekommt es ordentlich serviert. Wir werden Reese helfen, wenn wir können. Aber erstmal müssen wir nach Athenas. Ich habe da eine Freundin. Mal sehen, was sie weiß. Clap-Trap. Verschlüsselte Nachricht an Athenas. Rufzeichen Saphir. Und... Kommunikation, schnell! Was wäre denn so gedacht? Oh, ja. Du meldest die Licher und dem gleichen Grund, aus dem Malibor unser Kloster zerstappt. Also ich habe es nicht. Weiß aber, wo es ist. Hey, komm schnell her, sonst verpasst ihr den ganzen Spaß. Und mit Spaß meine ich, von Firmenmördertrupps plattgebeißt zu werden. Na, das lassen wir uns doch nicht hingehen. Sie kommt klar, bis wir da sind. Sie ist eine Sirene und ein Badass, wie er im Buche steht. Vielleicht bringen wir sie ja dazu, uns beizutreten. Wäre hilfreich, noch eine Sirene an Bord zu haben. Neben dir, Lilith. Dich habe ich mitgerechnet. Oh, mehr Ladies auf Admiral Clip-Trap-Touches. Und alle klicken auf Clip-Trap. Booyah! Hat denn überhaupt das Fenster zugeklebt? Das ist eine gute Frage. So, auf nach Athenas. Jo, Athenas hat aber auch noch was hier für uns. Mal schnell, wir machen uns, wer hat die Geschwindigkeit dahin? Wo sehen die Spritzen aus? Aber dieses Chef scheint meine Spritzen zu stehlen, um sie, was auch immer zu nutzen. Aber wir haben auch, dass sie zurückkommt. Schwump. Schon wieder Malibu. Die Kerle sind unerbittlich. Lande Kapsel bereit, wenn du's bist, Kayot. Du bist ja das von Dingerns an Bord hier, äh, Fontanis. Wie? Na, die müssen ja unerbittlich. Äh, Sekunde. Ähm, nee. Ach doch, warte mal. Ähm. Nützt ihr die Landekapsel? Nee, wahrscheinlich dann nicht. Scheint, ähm, Schiff da zu sein, wo wir jetzt hin müssen. Okay. Also auch unerbittlich. Aber du hast doch die andere ausgerüstet, ne? Ja. Wenn wir noch ankommen nach Sturm, ja, ja. Missionsobjekt. Ach so, hier ist eine Spritze von, ist hier noch von Clappy. Es gab mal so viele von uns auf Pandora. Jetzt sind wir... Hä? Das hier Spritzen. Bekunde mal, ich stelle mal die Mission um, wa? Ja, wäre doch vielleicht besser. Spitz, finde ich. Das doch bestimmt. Oh, ja. So, die sind ja an Bord, dann kommen die doch schnell noch ab... Abklebbern. Ja. Sie spielen Darts mit meinen Spritzen. Das ist inakzeptabel. Außerdem weiß doch jeder, dass Spiele nur was für hirnamputierte Schwachköpfe und Rotzplagen sind. Gut, dass du da bist. Ich kann mal hier ganz mal... Verstehen diese Neandertaler denn nicht, dass ich die Vorräte im Labor brauche, um meine Arbeit zu tun? Wie soll ich ohne Spritzen die verschiedenen Flüssigkeiten von einem Ort zum anderen bringen? Unfassbar. Immer fokussiert bleiben. Ich sollte einen eigenen Echo-Cast machen. Oh, die sind so ein blöder... ...zupizierend, wie ich... Das Ding. Oh, die ist schon da. Was ist denn da hochgekommen? Oh, ne, einer fehlt noch. Einer fehlt noch. Jo, die muss im Frachtraum sein. Ja, hier ist er. Sehr gut. Zumindest habe ich Zugang zu unzähligen eridianischen Artefakten und einer Menge von Testsubjekten. Ach nein, ich soll sie ja Patienten nennen. So, machen wir uns jetzt noch mit Blick nach unten oder? Wir binden uns noch mal. Wir binden uns noch mit Blick nach unten, ja. War das unten im Skladeraum? Ja, ich bin schon da. Ja, ich könnte uns los schicken. Aber warum nicht? Tinas. Genau, oder was? Neue Planet. Ja, dies müssen wir ja besser gelernt. Da bist du ja. Passend für den Kampf. Ich bin Maya. Komm zu mir ins Marktviertel. Ein Bataillon Malibu und Zollat. Zertrappelt mein Haus und ich würde mich über Hilfe freuen. Gibt's ein Automat. Du weißt schon, bei ihrer Auslöschung. Stimmt. Spannend auch. Oh, nee, runterfällt's. Das ist auch kein Arzt mehr. Oh, nee, das ist auch kein Arzt mehr. Oh, nee, das ist auch kein Arzt mehr. Und hier steht. Wasser ist gleich Feuer. Kenne ich da raus. Ich habe schon, es geht nicht. Dann müssten wir wohl anders herumlaufen Guck mal hier ist ein Brett kaputt jetzt Nein Aber da kommt auch schon alles kaputt Es wäre toll wenn außer meiner Schülerin noch jemand hier wäre Der keinen Eid der Gewaltlosigkeit geleistet hat Apropos Ja schon so aufgebracht Ja Brauerei 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 das wäre gut weil ich bin auch hier und stellen müssen das ist klar Das ist klar. Scheiße. Wir haben uns ein bisschen dran gewöhnt. Zwei Schuss. Unser Gegner ist tot. Mit Schiff. Scharfschützengewehr. Was mit dem... Was mit dem Kern oder was? Ja. Oh, das ist toll. Wow. Rollstürmer. Schon wieder ein schwerer Schütze. Vorsicht. Oh, das ist doch... Wie ist das? Beut. Ist jetzt... Wenn Du da? Ich fuhre. Ich fuhre. Ich fuhre. Ich fuhre. Ich fuhre. Ich fuhre. Definitiv Aber bevor es jetzt weitergeht und die Glocke wahrscheinlich da läuten, würde ich sagen, läuten wieder Feuer zur Pause Ach, ich hatte die Hand schon dran an der Glocke, hab doch noch mal Glück gehabt Gut, dann zum nächsten Mal Gleich zum großen Glockengeläut, das wollt ihr auf keinen Fall verpassen Macht's gut, bis denen, tschau tschau Ciao